Infernalische Maschinen Du hast eine Minute lang drei Illusionäre Duplikate Okay Wir müssen kurz heilen uns Amulett der verlorenen Stimmen Selten mit Toten sprechen Gold, Feuer Bärenstein, Alchemistenfeuer Magierüstung Aber ich glaube das war schon okay Dieses eine Ding dahin zu schmeißen Dass sie Schaden in die Gegend drüber laufen Ja ich muss kurz holen Vielleicht das hätte Schreit mich an No Battle Nerv mich Wie lang war denn der Typ eingesperrt? Man ist voll verwirrt Der Typ ist auf jeden Fall Total verwirrt So dann tu mal rein Dass du wieder 10 Minuten hören kannst Können wir kurz rasten? Kurz rasten Überfügbar zwei von zwei Du kannst zweimal Täglich 50% an den Treffpunkt Die wir dir herstellen Okay let's go Tafel Ist hier irgendwas? Vase Wird doch jetzt nicht jede Wird doch jetzt nicht jede Vase untersuchen Oder? Wir sehen ein bisschen Zu viel Blödsinn hier Jede Vase Okay wir haben auf jeden Fall Den Typen freigelassen Der Verdorte Wir können glaube ich noch hier runter Vielleicht weiß ich genau was hier ist Sieht aber nicht so nett aus Können wir schwimmen? So das war's jetzt nicht so tief Okay hier geht's nicht Doch geht's hier weiter? Nee Hier war irgendwas Ach nee Hier ist nichts Ich glaube das Geht hier nicht weiter Geht's hier ins Licht? Auch nicht Sonst scheint nichts Geht's nicht weiter Gehen wir zurück Ich glaube in dieser Ruine War nur die Aufgabe Den Typen zu befreien Vielleicht ist das Später Story Relevant oder so Vielleicht alle gebootet Ah hier ist auch Ist ja noch eine Tür Auf deiner Seite Scheiße Ich tu hier aber immer noch Blut Von dem Blut leer Fallen entschärfen Du kannst Fallen entschärfen Werkt zur Verschwendung Gefährliche Fallen Zu neutralisieren Rechte Maustaste Konnex mit Öffnung Fallen zu entschärfen Hier ist eine Falle Wo denn? Tafelknopf Wo ist denn die Falle? Falle entschärfen Vase Ich glaube mir wurde das Nicht umsonst gesagt Oder? Wo ist denn die Falle? Ist doch gar nichts Mal einfach einlaufen In die Falle mal Wahrnehmung Fähigeschlagen Sarkofak Das ist ein Knopf Auf jeden Fall Grundbasierender Modus Aktivieren Du kannst Präzise Kontrolle Über Du findest dich jetzt Im grundbasierten Modus Das Spiel um dich herum Wird pausiert Okay Das kennen wir ja Kann jetzt genutzt werden Um Fallen Gefahren Oder Entdeckt werden Zu vermeiden Okay Ich bin im grundbasierten Modus Entdeckt werden Zu vermeiden Und Fallen zu entschärfen Anscheinend Leitfahren des Beobachters Zwei bis neun Schaden Verspreche des Todes Wenn der Speer Das Ziel verfehlt Erfolgt der nächste Angriffswurf Des Speerkämpfers Gravierter Schlüssel Aber ich kann auf jeden Fall Da einen Knopf drücken Vielleicht kommt ihr auch Aus jedem Sagen Gegner raus hier Ich hab immer noch nicht Verstanden Wo hier eine Falle sein soll Das ist ein Skelett Was steht das hier auf? Keine falschen Schritte Lüftungsschächte Schwere Schwere Gegenstände Können über Lüftungsschächte Platziert werden Damit nichts Gefährliches Aus ihnen Hervor bricht Linke Maustaste Klicken und ziehen Um sie zu bewegen Okay Wo ist denn der Lüftungsschacht? Also ich kann irgendwas So über den Lüftungsschacht ziehen Damit dann anscheinend Nichts reinkommt oder so Hallo Keks Was geht Ich habe schon wilde Kämpfe gewonnen Wo ich nicht gedacht Dass ich besiege Die sechs Typen da Wettungswurf gelungen Fett Nicht gelungen Einfach mal Knopf drücken Okay Ich bin jetzt in diesem In diesem Modus Damit ich Fallen Entschärfe oder so Aber ich habe keine Ahnung Wo die Falle ist Fallenschein Ist ein Fallenschein Aber wo ist denn Eine Falle Digga Flasche Rätsel auf die Flucht Kann ich wieder In Echtzeit sein Was soll ich In der Scheiße Vier bis elf Kampfspitzen Seelenmünze Schon wieder Amethystring Ringpanzer Rüstung Schädel Knochen Watch out you guys Here's a trap Ist die Trap hier Oder ich habe hier So einen Gullydeckel Noch gesehen Oder Entklüftung Entschärfen Und das ist das Das meine ich Die ganze Zeit Okay Dann dürfen wir Schauen wir mal Ob wir das Entschärfen dürfen Dürfen überhaupt Was sagt der Game Master Dürfen wir nicht Game Master Gar kein Bock Kein Fallen Dings Er verfügbar Ich darf nicht Game Master Will nicht Das sind die Alle hier Okay Okay Genau Jetzt habe ich es auch gesehen Kurz nachdem du da Geschrieben hast Ja die Gags Rolls Eins bis drei Ich habe aber nicht Zum Entschärfen Gar niemand Das ist doch Entschärfen Oder nicht Achso das ist Diebeswerkzeug Okay Du bist doch Bestimmt weiter Keksi Das Spiel Schon fast Durchgeschafft Ähm Wie kann Was ist mit Den ganzen Sachen Es gibt so viele Sachen Was mache ich Mit denen Ich habe die Mal ins Laden Geschickt Kann ich Irgendwo Verkaufen Wo kann ich Nachschauen Ob die Was wert Sind Also es Gibt ja Millionen Sachen In jeder Vase Irgendeine Scheiße Ah ich habe gesehen Ja Okay Verdornen Das ist bestimmt Irgendwas mit Entzaubern Was wollte ich Wissen Wie mache ich Das Verdornen 15 Ah das geht Fast Und Woher weiß ich Was ich noch Brauche Oder nicht Kann man das Irgendwo sehen Oh oh Achso Ach hier bin ich Draußen Na ja Ist okay Da muss ich Den Weg Nicht Zurück Laufen Okay Schön Geil Haben wir Ja Alle Schon Erkundet Okay Jetzt haben wir Die Ein Banditen Erledigt Mit Dem Mage Letztes Mal Jetzt haben wir Das Ding Hier Aufgeräumt Was du Anlegen Kannst Kannst Gebrauchen Na ja Gut Dann gibt es Aber auch Verschiedene Flasche Man Werfen Kann So Säuleflaschen Auf dem Boden Hab ich Schon Benutzt Feuer Auf dem Boden Die Glaube Ich Auch Behalten Was ich Nicht Verstehe Ich Hab Das Multinventar Ich Gib dem Anderen Was Aber Er Kann Es Nicht Anziehen Ich Schiebe Das Rein Sagen Er Rüstet Aus Dann Rüstet Irgendein Anderer Aus Anstatt Er Selbst Auch Selbst Das Gleiche Kurzschwert Konnte Sie Nicht Ausrüsten Zange Dieser Zange Ist Vom Feuer Geschützt Und Vom Ruß Zerfressen Okay Schon Oft Neubefüllt Wurden Die Seiten Sind Voller Tintenflecken Du Schreibst Verdornen Wo Geht Denn Das Tasse Seil Ich Habe Einfach Mal Alles Ins Lager Gesendet Also Ich Habe Hier Immer Geschaut Ob Die Die Rüstung Brauchen Nicht Gelootet Hab Hab Sie Rüber Gegeben Und Konnte Nicht Anlegen Das Lustige War Ich Hatte Einen Gegenstand Der Hatte Mehr Schaden gemacht Sagen Wir 4 bis 11 Dann gebe Ich Ihm Dann Hat Der Gleiche Gegenstand Auf Einmal Weniger Schauen Bei dem Anderen Ich Dach Vielleicht Mit Wehr Zu Tun Oder So Du Bist Auch So Ein Verdorner Versuch Mal Mit Vendorn Wo Und Bei Wem Beim Händler Ich Hab Noch Kein Händler Ich Bin Eben Vom Schiff Gefallen Und Bin Hier In Ruin Gewesen Ja Du Bist Auch So Ein Verdorner Du Hast Geschrieben Verdorn Was Ist Das Ach Wenn Dorn Du Kannst Halt Einfach Nicht Lesen Wie Kannst In Englisch Wort In Deinen Deutschen Satz Schreiben Wir Sind Hier In Germani Was Mit Dir Digga Kannst Nicht Mal Mensch 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 Verdorner Du Ich Dachte Sorry Ich dachte Vielleicht heißt Das Bei Beim Spiel Ein Zauber Verdorner Das Ich Bei Jedem Spiel Das Anders Tobe Ist Verdorben Bin Ja Nicht Dem Die Kette Anlegen Das Geht Amulett Des Verlorenen Mit Den Toten Sprech Leg Mal An Ja Literally Hast Du Recht Gents Wiegel Hast du Schon Viel Gespielt Bist Schon Weit Also Weiter Helf Du Ja Weit Nein Das Ist Jetzt Nicht So Die Kunst Ich Bin Vom Schiff Gestürzt Und Bin Hier rum Gelaufen Hab Diesen Scheiß Vampir Im Lager Der Ich Gebissen Die Sau Hab Da Diesen Diesen Einen Mage Mit Den Drei Futs Getötet Und Grad Alle In Diesem Kluft Erledigt Total Krass Ich Dachte Ich Bin Voll Schlecht Aber Das Ging Dann Eigentlich Mit Ein Bisschen Probieren Hast Du ihn Freiwillig An Dir Saugen Lassen Oder Hat Er An Dir Gesorgt Freiwillig Der Chat Meinte Das Also Der Eine Das Ist Das Ist Rap Und Das Kannst Du Nach Hause Bestellen Ja Natürlich Gibt Es Auch Flaschen Paulan Klar Gibt Es Das Gents Du So Ob Du Im Osten Wärst Also Das Ist Von Der Gleich Firma Hier Hier Rappen Rappen Zitronen Luminade Gibt Es Rappen Spezie Die Liefern Nach Hause Ich Habe Mich An Diesen Geintir Gehalten Kekse Aber Nicht Ganz Richtig Weil Ich Wusste Wie Mein Guardian Ausgerüstet Werden Sollte Und Nicht Jeden Spell Gefunden Habe Beim Charakter Karriere Also Nicht Jedes Ich Wusste Nicht Was Mein Hintergrund Seil Sollte Ich Hab Straßendieb Gemachen Ist Ganz Cool Zum Schloss Auf Knacken Was Bist Du Überhaupt Ich Bin Hunter Jäger Ist Ja Wild Ich Wollte Eigentlich Mond Ruide Werden Ich Weiß Nicht Dann Wollte Ich Arkmage Werden Habe Kein Richtiges Spell Gefunden So Bild Dann Hab Ich Dann Wollte Ich Warlock Werden Ich Habe Halt So Eine Stunde Hier Gelesen Ein Zwei Stunden Youtube Videos Gehört Nebenbei Aber Das War Dann Alles So Viel Dass Ich Kein Peil Mehr Hatte Von Irgendwas Ist Ja Wahnsinnig Habe Ich Hier Diese Bildseite Gefunden Mit Bild Einfach Wild Magie Genommen Einfach Wilde Magie Ja Mage Wollte Ich Hier Draconic Bloodline Bild Nehmen Oder Wizard Evocation Bild Da Random Knife Gedrückt Gar Kein Bild Genau Das War Mir Zu Gefährlich Weil Es Zu Umfangreich War Nachher Mache Irgendwas Dann Stehe Ich Da Keine Chance Habe Kein Buch Mehr Auf Spiel Zu Gefährlich Du Kannst Im Lager Für 200 Gold Respecken Komplette Klasse Alles Okay Ich wusste Nicht Wann Ich Hab Das Geht Aber Ich Dachte Das Ist Dann Wieder Vielleicht Irgendwann Ein Mal Im Spiel Bein Gold Ist Eigentlich Möglich Als 148 Aber Sonst Geht Das Schon Ich Verstehe Auch Das Spiel So An Sich Anscheinend Kann Ich Diese Komischen Viecher Da Die Spells Rechts Nur Einmal Benutzen Weil Ich Schlafe Ich Kann Sie Kombinieren Mit Meinen Sachen In der Tasche Mit Säure Pfeil Und Alles Mein Bogen Ich Kann Die Typen Was Ich Scheiße Finde Ich Hab Mage Hier Und Ist So Ein Galle Dann Habe Ich Hier Gelesen Bitte Rüstiger Flatt Kann Kein Match Rents Ja Ist Ein Eismagier Weißt Kann Es Warten Mal Hier Hier Steht Schlafen Versetzt Kreaturen Magischen Schlaf Dann Hab Ich Probiert King Nicht Aber Kreaturen Fressen Nur Tiere Kann Nicht Mal Gescheit Schieben Magier Rüstung Hat Er Ja Aber Sonst Kann Er Halt Haupt Ding Geht Nur Haupt Angriff Ist Der Einzige Haupt Spell Melee Und Jetzt Glaube Ich Verstehe Ich Auch Was Damit Gemeint War Es Sind Anscheinend Zwei Ressourcen Ich Hab Bei Mage Und Hex Meister Die Nachteile Gelesen Dass Alles Mit Consecration Abläuft Oder Sowas Anscheinend Ist Das Rechts Was Du Einmal Nutzen Kann Links Sind Die Main Attacks Oder Sind Nur Rechts Aber Die Kannst Ja Glaube Ich Nur Einmal Nutzen Pro Love Oder So Ähnlich Er Stand Immer Beim Nachteil Also Im Warlock Stand Jetzt Hier Limited Spell Shorts Short Range Und Limited Spell Variety Das War Nicht So Schlimm Das Ist Variation Aber Irgendwo Stand Immer Daunt Mit Hier Many Good Spells Based Concentration Das Ist Das Steht Bei Einigen Irgendwie Ja Muss Ich Fokuss Den Und Konzentrieren Ja Ja Das Auf Jeden Fall Dachte Mir Komm Probier Ich Einfach Den Den Hunter Aus Aber Sehr Geil Gemachte Spiel Schöne Präsentation Rundbasierte Spiele Hab Ich Früher In 90 Jahren So Viele Gezockt Aber Seitdem Nicht Mehr Na Ja Was Ich Auch Cool Finde Ich Hatte Ja Da Kam Ja Die Sowas Wie X Komm Raus Habe Ich Ja Schon Mal Erzählt Im Stream Was Was Auch Rundbasiert Ist Dann Kam Ja Jack Dass Du Mark Auf Der Map Haben Ich Habe Ich Habe Immer Da Mich Selbst Markiert Wo Ich Halt Noch Nicht War Aber So Ist Eigentlich Gar Kein Mark Das Sind Nur Irgendwelche Ruinen Aber Da Komme Ich Ja Hin Dann Zu Dem Punkt Glaub Ich Oder Und Ich Hab Hier Markiert Wo Ich Nicht War Ich Wird Jetzt Hier Oben Hingehen Wollen Oder Hier Links Zu Also Ich Habe Hier Äh Warte Ich Mach Hier Mal Screenshot Also Ich Muss Sagen Discord Und Das Spiel Mögen Sich Bei Mir Nicht So Ganz Ne Das Spiel Verbraucht Aber Nicht Gar Nicht So Viel Oder Also Ich Habe So Gar Ich Wollte Auf 60 Frames Stellen Weil 120 So Viel Aber Ich Habe Jetzt Dupliziert V Sink gemacht Das Stand 120 Und Da Müsst Er Nicht Kiehen Oder Hast Du Voll Volle Bulle Gelassen Bei Dir Das Ist Natürlich Habe Das Alle Volle Bulle Ich Habe Auch Alles Hoch Aber Nur Dass Er Nicht So Viel Verbraucht Weil Letztens War Es Hier So Heiß 30 Grad Knapp Und Dann 100% Grafik War Doch Zuviel Mit 70 Grad Der Hat Dir Da Mal Ein Speed Schickt Ich Möchte Ja Nur Generell So Ein Bisschen Dass Du Mir Sagt Wie Es Hier So Abläuft Dass Was Auf Was Skaliert Was Mit Was Zusammenarbeit Ich Ich Habe Jetzt Schon Ich Finde Immer Mehr Raus Ich Dachte Ich Du Mich Jetzt Informieren Und Lese Nach Aber Hab Ich Nicht Gemacht Ich Habe Einfach Nur Geschaut Achso Du Knubbelchen Diese Knubbelchen Da Links Also Der Linke Und Der Links Oben Geh Ich Hör Grat hin Achso Da Musst Du Hingehen Okay Klippen Am Strand Ist das Gedreht Über Mir Oder Was Ja Ich Muss Mal Kurs Auf Die Andere Monete Tun Dass Ich Sehe Ich Hab Mir So Ich Hab Das Spiel So Ernst Genommen Keks Dass Ich So Ein Extra Brause Nur Für Das Spiel Installiert Hab Portable Nochmal Damit Ich Nicht Immer Meine 20 Apps Offen Hab Von Irgendwas Random Extra Browser Nur Baldur Skid Dann Kann Ich Den Schließen Und Wieder Öffnen Wenn Ich Spiel Spiel So Halbe Raid Vorbereitung Geguckt Geschaut Bild Angeguckt Aber Trotzdem Nicht So Viel Fass Aufbauen Aber Das Sind Halt Schon Ähnliche Parallelen Zu Anderen Also Zu Viri Zumindest Schon Eine Menge Was Spaces So Angeht Finde Ich Cool Und Das Rundenbasierte Kämpfen Macht So Laune Macht So Laune Ja Also Das Ist Hammer Soll Da Soll Mehr Turnbests Sein Ob Ich Jack And I Spiele Aber Ich Dachte Mir Oh Das Habe Früher Angst Gern War Es Eigentlich Zu Schwer War Hat Immer Nur Ein Kollege Gezockt Jetzt So Okay Du Bist Überwuchene Dings Der Umgebung Clip Mal Strand Ach Du Bist Okay Du Bist Einfach Da Wo Ich Auch Hin Wollte Ach Hier Ist So Ein Punkt Ach Das Hast Gar Nicht Gesehen Aha Ach So Ja Gut Ich Wollte Eh Da Hinten Also Ich Hab Eh Hier Mark Und Das Mit Dem Alt Hätte Ich Viel Früher Wissen Müssen Ich Hab Mich Da Am Anfang Wirklich Eine Stunde Im Schiff Ich Hab Immer Gewesen Und Hab Das Netz Nicht Gesehen Das Man Hoch Blüchen Kann Aber Sonst Ist Inter Sehr Geil Und Mit Den Verschlingern War Auch Super Ja Schon Ganz Gar Gemacht Ich Borde Mich Jetzt Mal Hände Findest Lustig Wie Die Anderen Entwickler Alle Gesagt Haben Ja Nee Also Das Wird Nicht Der Neue Spiele Standard Ne Da Ist Ja Gleich Bescheid Ja Da Hab Ich Gelesen Gehört Videos Dass Die ganzen Spiele Entwickler Sich Sorgen Machen Dass Das Standard Wird Dass Sie Sagen Das Können Sie Nicht Bei jedem Spiel So bieten Ja Richtig Das Ist Ja Das Sagt Schon Einiges Aus Dann Kann Ich Hier Schiff Durch Schon Ist Schon Eine Menge Aber Dieses Diese Diese ganzen Klassenerstellungs Fragen Am Anfang Schon Bisschen Viel Und Dann Dachte Ich Mir Geil Bin Ich Fertig Und Dann Bitte Erstell Nur Wächter Ja Leck Mich Hab Ich Immer Gedacht Dann Hab Ich Die Charakterstellung Auf Eine Minute Geschnitten Also Später Ja Ich Hab Da Eine Stunde Gebraucht Aber Im Cut Super Also Geht Schnell Also Kein Problem Ich Bin Wieder Falsch Hier Warte Mal Irgendjemand Ich Muss Hier Ja Und Ich Ich Hab Ich Hab Gar Nicht Wusst Dass Man Das Zusammenspielen Kann Wie Ist Das Ist Man Den Einer Von Den Charstern Ja Ich Gehe Davon Aus Oder Halt Einer Der Nagner Boy Ja Dann Tue Ich Einen Weck Und Einer Ist Dann Der Freund Oder Wie Ja Krass Dann Hat Jeder Begleiter Mit Oder Was Scheine Na Halt Die Typen Hast du Schon Mal Im Ball Das Gag Gespielt Damals Vor Tausend Jahren Ja Okay Ich Hatte Noch Gar Keine Berührungspunkte Mit Die Wenn Jemand Der Typ Der Mit Teil 3 Anstreng Mit allem Wie Du Weißt Jo Aua Wollt man Sich Von Dem Scheiß Blut Putz Sie Da Nochmal Komm Hab Mich Erst Mal Fassen Lass Von I Wieso Verletzten Sie Nicht Alle Entspannt Doch Ich höre Geschrei Voraus We should check it out Ach du scheiße Ja Aber Sonst Passt Es Soweit Ich Bin Ich Bin Echt Positiv Begeistert Muss Nur Schauen Mit Dem Ganzen Inventar Ist Alles Sehr Sehr Viel Es Gibt Ja So Viel Müll Auf jeden Fall Find ich Das Game Jetzt Schon Besser Als Ich Sag Solitär Besseres Spiel Ja Keine Ahnung Meines Viertel Besseres Spiel Diablo 4 Haben sie halt Voll verkackt Keine Ahnung Season Komplett Garbage Sie hätten So viel Aus D3 Übernehmen Können Aber Ne Warum Einfach Die guten Sachen Was Neues Neues Machen Was Schlecht Wird Ja Und Dann In Drei Viertel Jahr Kommen Sie Dann Ja Wir Haben Jetzt Hier Ganz Tolle Neue Dinge Erfunden Und Es Alles Ganz Neu Toi Kann Nicht Mal Deutsch Und Dann Ist Das Alles Alles Was Diablo 3 schon Kam Ja Wird Komm Muss Ja Komm Sonst Überlebt Ist Er Nicht Aber Ich Habe Schon Ich Bin Halt Nicht Zu Weit Gekommen Um Diese Negativen Sachen Zusehen Ist Eines Was Mich Genervt Dass Ich Neuen Schaden Fangen Musste Und Ich Grad Eben So Richtig Reingekommen Bin Erst Level 55 Hier Biss Was Deck Da Ist Seid Map Freigeschaltet Und Die Ganzen Fertigkeitspunkten Auf Ein Neuen Fangen Weißt Ja Aber Ich Habe Es Mir Witzig Gemacht Dass Ich Neuen Schaden Gefangen Hab Wieder Ein Bisschen Spaß Gap Also Das Geht Öffnet Das Tor Keiner Kommt Dann Bevor Zebloor Goblins Gehen Augen Da Was Los Goblins Hinter Uns Her Tor Auf Ich Hab Goblins Hierher Gebracht Wo Ist Der Doide Bitte Wir Haben Keine Zeit Oh Oh Der Jens Macht Auch Mit Hier Das Biest Bei den Neuen Höllen Öffnet Das Tor Boah Das Sind Aber Bieter Leute Ich Muss Nicht Heilen Mann Boah Die ganzen Fall Oha Die ganzen Fall Da Bescheid Ich Muss Nicht Kämpfen Muss ich Danach Kämpfen Boah Was Das Schau An Hier Ein Held Der Will Ist Das Okay Kampf Beginn Wie viele Gegner Sind Was Ist Denn Hier Alles Das Ding Ist Meine Meine Anges Angeschlagen Wegen Fallen Grad Acht Leben Zwölf Leben Jetzt bin Ich dran Mit Meinen Zwei Leben Hier Und Gar Keine Spells Mehr Okay Da oben Oh, ich hätte echt vorher rasten sollen, Mann, scheiße. Ich könnte gleich nochmal laden. Also so voll Wunder in den Kampf gehen auch kacke. Also das Einzige, was ich jetzt immer machen kann, ist einfach nur diesen komischen Pfeil nutzen und da hoch halt schießen. Viel mehr kann ich halt nicht. Aber ich kann Pfeil, Säure Pfeil machen. Mal gönnen hier den, was ist das? Okay, der ist down. Ach, der hat nur sieben gehabt? Oh, ist das zu gefährlich, da hinzugehen? Ja, ist es, weil ich ja fast tot bin, da kann ich mich nicht mehr weg. Doch, ein bisschen kommen wir schon noch weg, aber ich lebe mich lieber nicht, um den Zug beenden. Okay. Was ist denn hier 8, sprich 8 auf einmal? Der hat mich geheilt. Hier, 3 plus 8, ich habe irgendwas besonderes hier. Okay, es stehen 2 Typen vor ihr. Magier, Beschwerung, Zauberträger, Zeug, eine Geisthand, mit dem man intergieren kann. Ich habe vorhin so ein Spiegelbilderzeug, ich wollte mit dem nichts machen. Ich dachte, dass der taunt oder sowas, er hat gar nichts gemacht. Ich konnte das gar nicht bewegen. Ich glaube, ich habe mir was mit gar keinem. Nicht genügend. Das ist wieder der Major, kein Range, also so eine Scheiße. Alter, Vater. Nicht, also wir sind viel zu weit weg. Warum ist der so weit vorne, der andere? Weil der hat aber so wenig Leben. Ich gehe trotzdem mal nach vorne. Er soll doch da nicht drauf hauen, du sollst da hingehen. Jetzt habe ich was angegriffen. Okay. Sorry, verglichen. Der eine hat 20 von 20 und 3 von 8. Das bin ja ich, warte, was hat der hier? 13, 13. Nicht genügend Ressourcen. Dass die halt so weit vorne ist, alleine. Das hat auch so eine Sache, ne? Oh, hast du zu viel drauf getan, Jens, oder was? Nicht, Bewegungskosten verdoppelt, schwieriges Gelände. Aber ich kann mich nicht einmal einen Meter nach vorne bewegen. Verstehe ich nicht. Geht doch zumindest einen Meter nach vorne. Geht doch zumindest einen Meter nach vorne. Geht gar nicht, kann mich gleich bewegen. Ist sie alleine da vorne? Ja, ich bin zu weit weg, ich kann gar nicht festen. Ich könnte irgendwie nur so einen Zug ihn proben. Runde. Also ein paar Zähne da. Oh. Beim Weglaufen ist er auch schon... Oha. Alter, was hat der gemacht? Der ist ein krasser Mage. Wenn du dich umdrehst, gell? Ist das so? Ja. In den Rücken rein. Wenn du halt in seiner Reichweite dich bewegst. Aber nur wenn du irgendwie in den Rücken oder so zukehrst, glaub ich. Dass du nicht irgendwie da... Dass du irgendwie un... Dass du nicht abwehren kannst. Hä? Was soll ich sagen? Weißt du, dass du dich nicht wehren kannst halt. Aber wenn du gerade auf ihn zuläufst, eigentlich selten. Aber wenn du dich umdrehst, dann ja. Oder nicht? Oder ist das schon passiert einfach so? Ja, halt wenn du von ihm wegläufst. Ja, genau. Irgendwo weglaufen und drehen. Richtig, richtig. Soll ich... Ich check das hin. Ich bin Magier. Ich hab... Ich hab irgendwie mit... Magier. Ich bin... Jäger und ich kann... Ich mache mit dem Bogen viel weniger Schaden oder so. Ich kann auch jetzt kein Mal des Jägers machen, weil ich nicht mehr ausgeruht bin. Einfach so... Tod in den Kampf rein. Ich glaube, ich muss nur noch mal laden. Ja komm, dann schlage ich halt zu. Komm. Ja und der andere... Ja, was wir gerade gesagt haben. Ich hab mich umgedreht und der andere hat mich gehauen. Aber warum ist der umgefallen? Der hat dreinzelnehmig auf fünf Schaden gemacht. Der schlag. Okay. Warum dürfen meine anderen Schaden in der Runde nicht machen? Nur der eine dürfte. Okay. Weil der eine höhere Initiative hat. Weil was? Höhere oder was? Initiative. Habe ich ja noch nie gehabt. Echt? Okay. Das ist doch fies. Okay. Ich bin Fury. Ich bin Death. 60 Prozent. Okay. Der ist down. Nutz deine Ausdauer um dich zu heilen. Ja, kann ich machen. Der geht ja eh nur mich. Soll ich das nutzen einfach nochmal gehen? Ja, mach ich nochmal. Mich selbst. 20 Prozent auf den Goblin hier. Fehlgeschlagen. Das ist geil, dass man sich nochmal bewegen kann. Okay. Guck mal was jetzt passiert. Die darf. Achso. Ähm. Das ist vielleicht eine doofe Frage, aber ich habe es noch nicht ganz genau gesehen. Wo steht, ich glaube dieses blaue, dieser blaue Kreise, wieviel ich mich bewegen kann. Aber wo steht, was, wieviel was braucht und wieviel ich noch habe an der Zahl? Verstehst du? Was, wieviel bewegen brauchen, ha? Äh. Ich habe 10 irgendwas zu bewegen und diese Aktion braucht zwei. Wo steht das? Also man kann sich ja nur bestimmten, ähm, ähm, bewegen. Wo ist das? Das ist der blaue Kreis beim Zug beenden, glaube ich. Da steht 0 von 9 Meter. Anscheinend kann ich nicht mal 9 Meter bewegen. Das ist dein Kreis. Kann sich 9 Meter bewegen. Und die Aktionen kosten... Wenn der Kreis voll ist, kannst du dich halt nicht mehr bewegen. Also leer, meinst du? Nein, voll. Nö, der ist am Anfang ja voll. Na, der ist ja am Anfang leer. Ja. Ne, äh, wenn ich jetzt zu... Sehr gut, wenn er leer ist. Okay. Ja, hast ja recht. Und wo sehe ich, was es verbraucht? Wenn ich jetzt schaue, da steht dann, da steht 1D6 plus 3. Stichschaden. Was heißt das überhaupt generell? Ist das 1D? Wird das gewürfelt? Ja, 1D6, ja. D ist der Würfel, da ist. Ja, 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 ja. Aber trotzdem, da steht Schaden 4 bis 9 1D6 plus 3. Das heißt? Ja. Er macht 6 Schaden plus vielleicht 3 oder wie? Nein, er macht safe 3 Schaden plus 1D6. Also zwischen 1 und 6 kann er da machen. Die 1 bis 6 werden gewürfelt und plus 3 gibt's oben drauf. Okay, aber 3 macht er safe immer. 3 macht er immer. 3 plus random. Er mag es nix. Und, ähm, wo steht... Also ich habe jetzt diesen blauen Kreis voll. Wenn ich jetzt irgendwas schieße, wird der Kreis doch auch weniger, oder? Wo steht, wie viel der Schuss verbraucht an Ressourcen von der Runde bei ihm? Wie ist der so? Da muss doch irgendwo was stehen, wie viel ich da verbrauche an Energie. Also das ist der Böse hier, 42%. Jetzt schieße ich mal da. Okay, das hat jetzt... Achso, du kannst eh nur einmal benutzen und dann kannst du gehen. Ach, du kannst immer so viel gehen? Ah, ich dachte, dass die Aktion auch Meter verbraucht. Weißt du, was ich meine? Nein. Also früher war das so bei so Spielen. Ich hab halt einfach hunderte Ressourcen gehabt. Ein Schuss verbraucht 50 und einmal 1 Meter gehen oder 10 Meter gehen braucht halt den Rest. Aber anscheinend hast du hier das Gehen immer und den Schuss auch. Weiß nicht genau. Oh! Mein Mage ist tot. Ich hab da oben nicht gesehen, dass da noch einer ist, lol. Habe ich vergessen. Dann müssen wir dem mal kurz hochhelfen. Ach, da oben ist noch so ein Wichtel. Schau da, schau her. Nicht genügend Ressourcen. Und der Mage ist mit 1 gespawnt jetzt. Das ist natürlich doof. Wo komm ich denn da hoch? Ja, in die Säule latscht da rein. Na, okay, ich wollte euch da nehmen, aber... Geben wir dir kann nix mehr machen. Heile... Was ist hier? Heile eine Kreatur, die du sehen kannst. Heile eine Kreatur, die du sehen kannst. Sehen kann ich den Mage auch. Kann ich den sehen? Ja, ja, kann ich. Gut. Oh, 45% ich kann da hoch. Stehe in der Säule, aber egal, oder? Kann ich den da hoch schießen? 40% hoch schießen, komm. Ja, dann good luck Jens auf jeden Fall. Ich hab's gelesen im halben Topf. Okay, der ist kaputt. Der ist tot. Geil. Es ist ja glaube ich eh nur noch der eine hier. Das werden die ja machen, oder? Ich hoffe, dass die jetzt nicht gegen mich reden. Okay, der Mage ist dran. Ach, ich hab dem ja noch so ein Ding. Von vorhin. So ein Bär. So ein Heilungsbär. Oh, nochmal verzehren. Habst du eigentlich Heiltränke, Keksi? Ja. So gelegentlich. Ich hatte am Anfang drei der Wien verbrauchen, zu dem hab ich keinen mehr bekommen. Fehlenschlag. Boah, scheiße. Noch einen gekillt, oder? Der Wichser noch einen gekillt. Den kann ich aber auch nicht retten. 1655. Das war der letzte von ihnen. Insofern! All of you! More may follow! Open the gate! Wegpunkte entdeckt. Damn them! Ich müsste da eigentlich nur kochen, aber Wasser ist in der Wanne. Was soll ich machen? Ist dann der Wanne da noch kalt? Er ist dann fertig. Kann es auch nicht sein. Oh, und der Sparsteuerer geht super. Ja, nimm dich auch! Ich lass ihn einfach ein bisschen vor sich hin köchen, oder? Wie lange wird es in der Wanne sein? Handschuh der Macht. Ausrüsten. Verderben der absoluten einen Nahkampftreffer bewirkst du möglicherweise ein Malus auf minus 1d4 auf Angriffs- und Rettungswürfe des Ziels. Das ist ja so eine Art Tabletop wie Dungeon Dragons. Deswegen ist auch dieser 20-seitige Würfel da. Keksi, oder? Das ist sogar original das Dungeon & Dragons Regelwerk. Genau, und das habe ich nie gespielt. Das kenne ich gar nicht. Das ist ja das. Ich weiß, dass es das gibt, aber sowas habe ich nie gezockt. Ja, ich auch nicht. Kennst du das Regelwerk denn? Irgendwie? Woher denn, hä? Na, ich dachte vielleicht. Kennst du das? Ich habe halt hier an gelegentlich Streams von Critical Role mal geschaut, aber halt, keine Ahnung. Das ist halt, die Kampagne von denen oder die Kampagnen von denen laufen ja schon Jahre lang. Ich habe da gelegentlich mal eine Folge geschaut. Also fernab, dass ich Ahnung davon habe, was sie tun. Ja, ich weiß, dass es so Leute gibt, die sich treffen und dann das Spiel mit Würfel und auch Charaktere schreiben, zwei Monate lang Skills aufschreiben und ihr Leben damit verbringen. Ja, okay. Ist ja anscheinend sehr, sehr beliebtes, aber ich hatte meinen Mensch ärgerlich nicht in Monopoly, war zufrieden. Und Knüffel war Main. Alter, ich habe so viele Monopoly-Spieler, ne? Die haben wir nur, klar, aber immer die Bank. Die Bank ist ja Main. Wieso kriege ich eigentlich Rüstung, die immer gleich ist mit meinem Ding? Nie besser. Keine Ahnung. Aber ich habe hier eine Handarmbrust, die hat noch Übungen mit diesem Waffentyp. Schaltet frei. Noch einen anderen Spell. Nimm ich die Armbrust mal, was ich tragen kann. Bestimmte Aktionen werden von anderen Charakteren missbilligt. Wenn du dich erwischen lässt, landest du womöglich in einer Gefängnistelle. Ja, ich habe den nur gelootet, lol. Wieso missbillig? Hast du seinen Freund gelootet? Ja, na klar. Findet das vielleicht nicht so geil, wenn du eine Leiche von seinem Kumpel rumwummelst. Ich wollte den nur aus dem Boot rausziehen. Ein bisschen putzen. Das soll sich nicht nur so haben. Der Game Master soll mir gönnen. Und ich dachte, du bist auch so ein Tabletop-Freund und triffst dich mit Leuten und mach da rum, kriegst dich. Klar, ich treffe jemanden mit Leuten und mach da rum. Achso, Tabletop. Achso. Weniger. Ja. Ja, geh doch da runter. Kann der Mater noch mal heilen? Okay. Ja, aber dadurch habe ich jetzt eine Armbrust, die mir noch ein Spell bietet. Ja, gönn dir. Da unten waren bis jetzt nur ein Spells habe ich unten zum Waffentyp. Schalten irgendwas zum Waffentyp frei. Ich kann aber nicht sehen, weil ich nicht drüber hauern kann. Ich muss hier bloß wieder ausziehen, kann ich auch nicht sehen. Oder ich kann schauen, wie das Symbol hier aussieht und dann hier suchen. Leichtfüßiger Schuss. Das Spiel muss in dieser Runde gespurtet sein und oder einen Rückzug ausgeführt haben. Wenn du diesen Zug gespurtet bist oder dich zurückgezogen hast, kannst du als Bundesaktion einen Fernkampfangriff ausführen. Okay. Aber... Aber okay. Haben wir geschafft, das hier. Ich tue doch alles weg, wie ich mir so unterscheiße. Soll ich mal da reingehen, ob ich jetzt eine Armbrust habe oder was? Was findest du? Smaragd rein. Wie findest du eigentlich, dass das hier Ball das Tor übersetzt haben? Ja, ja, ja. Ganz richtig. Ganz, ganz toll. Du bist bereit. 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 Und du bist bereit. Du bist bereit. Du bist bereit. Unfassbar. Okay. Ich kann mit Waldläufer anfangen. Ich habe schon blutigere Kämpfe erlebt. Ihr hattet Glück. Wo ein Goblin ist, sind auch zehn. Ich verschwinde, bevor die Horde anrückt. Das sind noch keine Zerklinge hier. Ein Kampf vorbei und ihr zettelt den nächsten an. Entspannt euch. Druiden dieses Goblins... Diese Goblins machen keine Gefangenen. Ihr dürft jederzeit meine Bezahlung rausrücken. Ja, komm, ich mach auf cool mit Waldläufer. Ich habe blutigere Kämpfe erlebt. Ihr hattet Glück. Hallo, da bist du wieder? Show some Respekt. Das Respekt ist...